Du du, so du 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 Leck Ist das denn noch ein Zombie? Okay ist da Cool Boah das leckt ne? Ist gerade widerlich Wenn du durchspringst Natürlich nice So ausleuchten Ich lass mal die Ports da stehen Was? Guck mal der braucht nur 40 Tick pro Use Das ist ja gar nichts Okay Auch gar nichts Die haben wir Nuss fahren Brauchen die hier Hast du mal gesehen was die brauchen an Strom hier einmal nutzen? Auch nicht viel ne? 120 oder so Die Harvester Gar nichts auch glaube ich Das ist ja jod Dann läuft das ja prima Hallo bei der Seite Jetzt bin ich am Redstone-Föhne stehen geblieben Damit wir was schmelzen können Damit wir vielleicht schon mal mit dem Boden vom Haus anfangen können oder eventuell Was brauchen wir denn für nen Crafter? Ähhhhh Ender IO Ich brauch 10 Hab ich Glas Hab ich auch in den Busch geschmolzen hier schon Da Da Black Meine Güte Okay Die sind wegs aber noch mal zu Vier mal das Also fünf mal Eisen Ich bin Ich bin Die sind wegs aber nicht Ich bin Ich bin wo baust du denn an mit dem crafter wo baust du denn an dahinten oder also da in die richtung haben wir einen Aloysmelter müssen erstmal ein komplettes Ender I.O. System aufbauen dafür wo ist der denn? weißt du ja nicht wo ist der da? bist du Spekulatius ah Manapools oder? da ist Manapool Problem ist was? ich brauche noch mehr Kälberblumen ja dann such dann such mein Freund, dann such ja ich findest du bestimmt irgendwo oh diese Eier ne fickt euch ganz ehrlich so ein bisschen kann ich nicht oder? ok anscheinend ist alles ausgewachsen hier vorne oder? ja könnte sein ich geh einfach mal alles durch hier Baumwolle kannst du mit der mit der Hand so einfach oh das wird jetzt viel fressen geben hier ich kann schon wieder nichts aufnehmen ok hier siehts marotten barley potato pineapple 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 waren die pflanzbar direkt oder weiß ich nicht ich glaub ja ich glaub die kannst du gleich hinpflanzen ok dann passen wir gleich die wieder direkt an äh was haben wir noch für Früchte Chili Avocado Zucchini haben wir auch noch das kann bestimmt auch noch automatisieren das Zeug das Bamboo Mais wie viel Holz haben wir? gar nichts wir haben wirklich null an Holz ich müsste eigentlich mal meine Holzfarmtörtel fertig schreiben dann 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 ich muss mir jetzt noch Holz füllen weißt du wir können auch ähm ja Harvester und Planner machen ja kann man aber ich find das mit Törtlich zu irgendwie stylischer ah jagst du da eben durch aber ich musste noch Holz umwandeln weiter deswegen mir ist grad aufgefallen wir haben seit circa drei Stunden unten im Keller im Netherportal stehen das nicht angezündet ist natürlich nice wo wir da eigentlich rein müssten ja ich glaube niemand möchte den Modpack sehen nr nr ich weiß noch das eine Modpack wo die ganzen Gas denn war nr 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 Ja, gut, mach, 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 schau ich mal was der Strom sagt hier, ach, da bauen wir gleich alle rein hier. Oh, ich hab grad die Zielferkung. Ähm, wir haben schon wieder zwei Stacks, Bären. Hätt er eigentlich so'n scheiß komischen Turm gebaut. Wo? Wo? Da hinten. Lenny bestimmt. Ne, von der... ...kriegenden Insel, glaub ich, ist der sogar. Äh... Das war ich nur, um da hochzukommen. Ja? Ja, ja. Kannst du den da abgebaut, oder was hast du das gemacht? Slime-Insel bestimmt. Nein, ich bin da mit nem Gleiter rüber geflogen. So. Hm. Eigentlich wollte ich da nur hoch, um hier herzukommen, aber dann hab ich fliegen. Dann zwischendurch doch gemacht. Brauchtest du das Eisen hier aus dem Ding, oder was? Ich hätt es benutzen können, aber... Äh, ich hab gleich wieder was frei. Wie brennt Zeug. Und... Botania. Die brauch ich. Können wir das auch in der Smelltree machen, ne? Kann das rein? In der Loi Smelltree dort? Ne, in der Smelltree hier. Eisen. Warte, ich guck gleich. Ja. Ja. Heftig, wie viel Botania fand's nicht. Welches... 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 Ja, in der, sicher, klar. Kannst du das auch machen. Wenn da Lava drin ist? Ja. Ja. Kannst du das natürlich machen. Kannst du das natürlich machen. Zwei Coppergears. Und ein Gold brauch ich noch. Hierzu. Booty. So Kopferweiche schmelzen. Ich find's auch geil, wenn die Blumen einfach mal so auf Sand spawnen. Ein Gold. Acht Kopfer. Ne, hab ich die in der Tasche. Ne. 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 So hab ich ganz viel Futi. Zack, zack. War's noch nicht genug, aber egal. Besser als zu wenig haben. Das ist nicht irgendwo reingepackt. Egal. Und einmal Gold schmelzen. Und jetzt brauch ich noch... äh... Clean... Ach, äh... Clay. Clay Wigs. Hast du irgendwo Clay zu viel gehabt? Es gibt's ne Blume. Da kannst du aus Sand... Instant Clay machen. Okay. Na, ich brauch das jetzt. Ja. Oh, wir haben gar nicht unsere Büsche mal abgeendet hier unten. Die Sache ist, ich glaub so viel brauch ich dafür gar nicht mehr. Aber die braucht natürlich Mana. Die... Diese Büsche geben reichlich. Oh, Experience Büsche. Okay, wir haben irgendwie ein bisschen zu viel gerade hier. Deine ist umgewandelt wieder. Ich bräuchte noch ein paar Goldbüsche, das ist ja auch geil. Zack, 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 zack. Da kommt der Anker fliegt. Ich hab wirklich gerade Hunger. Weißt du wie Leih Hunger? Ja. Fressack. Leih.